Jetzt sehe ich das erstmal, du hast den anderen da noch mit dem Schnabel, ne? Bunkerst du die? Ja? Warum bunkerst du die denn? Gibt doch genug. Oder hast du schon den Bauch hier voll und da passt gar nichts mehr rein? Und jetzt? Jetzt hast du den dicken Hals. Ich sehe das. Ups, du Kleines lustig. Wie geht denn das jetzt weiter? Jetzt kommt er wieder raus. Vorwärts, rückwärts, seitwärts ran. Und jetzt ist er wieder drin. Jetzt hast du runter geschluckt, habe ich gesehen. Du riechst eine lustige Rübe. Jawohl. So, jetzt kriegst du erstmal gleich noch frisches Wasser. Vielleicht willst du ja noch ein Bad nehmen, bevor du nachher umziehst. Wutze, Wutze, Wutze. Aber da drüben kann man auch baden, ne? Kann ich dir jetzt schon mal sagen. Wupp, 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 wupp. Wutze, Wutze, Wutze. Tschüss, Bär. Ja, ja, ja. Noch mehr Wutze, Wutze. So, diese Frau hört jetzt wieder auf zu labern und macht jetzt dein Wasser neu, neu, neu. Tja dann abstereschPod. So, ich werde euch machen, jedenfalls 4 je. Und dann probier vi dich wieder einmal. So da FT noch разр Africa gehen, wie bei den korzen могу. Und zum nächsten Tag Tim ekspor.